Sie erfahren nämlich schon jetzt von Tom Kruse die neuesten Trends. Was ist trendy? Welche Sportgeräte sind neu? Was ist ins? Was Kleines zum Mitnehmen? In nur 20 Minuten wird daraus ein Katamaran. Eine Weltneuheit und wirklich mega praktisch. Der Betrachter staunt und wundert sich über den kleinen Preis. Ein Boot für nur 3.500 Euro.